So, dann machen wir jetzt das Paket mal auf. Diana Stormrider, dann die Ohrenschütze. Die Monition, drei Packungen a 500 Stück, dann ein Öl, Punktöler. Mit Öl drin, sodass man punktuell ölen kann. So, hier haben wir das Diana Stormrider. Ein sehr günstiges Einsteigergewehr mit schöner rauer Griff und Schaft. Beidseitig repetiere. Sicherungsbolzen. Und Einstellmöglichkeit des Triggers. Eine Druckanzeige. Hier ist ein Behälter, Druckluftbehälter, der hier rüber gefüllt wird. Ein Gummishaft und ein Schalldämpfer. Im Lieferumfang ist noch dabei der Füllstutzen, der hier mit der Pumpe am Quickfill angeschlossen wird. Und dieser Stift kann hier in die Waffe eingeführt werden. Ersatzteile. Gummiringe. Alles im Lieferumfang dabei. Dieses ist ein Zubehör. Hier kann man noch, wenn man die Drossel, eine Luftdrossel einführen will. Dann zeigt dieser hier nur noch den sekundären Druck an. Und dann kann man für den Primärdruck hier oben ein eigenes Ventil einbauen. So, dass man den Maximaldruck auch wieder erkennen kann beim Befüllen. Des Weiteren hatte ich dann noch bei einen Punktöler. Eine Flasche Öl, Silikonöl. Das Magazin. Und nochmal einen Dichtungssatz mit O-Ring und Zubehör. Dann gibt es so Auflagerböcke. Hier unten mit einer Füllöffnung. Dann kann man den Sackbeeren entfüllen. Hier ebenfalls mit einer Öffnung. So kann man das Gewehr vernünftig auflagern. Hier unten. Vielen Dank. Ein sehr günstiges Einsteiger-Zielfernrohr ist von Diana erhältlich mit Kappen, mit Höhen- und Seitenturmverstellung. Es sind auch Verstellmöglichkeiten hinter einer Kappe. Da sind gleich 11 mm Befässium dabei. Und man kann hier die Entfernung verstellen. Und das Ganze ist ein 3-9 x 32 AO. So, dann versuchen wir mal den Einzelschuss-Adapter. Der muss auf diese Seite raus. Und der hat hier einen kleinen Magneten und eine Kante. So dass der hier drin hält und hier der Einzelschuss eingeführt werden kann. So, dann machen wir den mal raus. Hier ist jetzt das 9-Schuss-Magazin. Auch wieder mit einem Magneten, der hier nicht reinpasst. Hier ist das 9-Schuss-Magazin. Hier ist das 9-Schuss-Magazin. Das geht sogar ganz leicht. Das rastet dann ein. und gefüllt wird das Magazin, man muss es gegen den Uhrzeiger sehen, die Feder spannen bis die letzte Kammer erscheint und dann muss man den Diabolo verkehrt herum einbringen mit geschossen, also mit der Hülse zuerst da rein und jetzt hält die Kammer und jetzt kann man jetzt wird die Feder gehalten durch den ersten Diabolo, der so reinkommt und dementsprechend hier der Schuss rauskommt und jetzt kann ich eine Kammer nach dem anderen füllen, aber diesmal andersherum und dann wieder die nächste und so kann ich alle Kammern füllen bis ich wieder da bin und mit dem Magneten einführen kann dann beim Repetieren wird die Patrone mit der Pellet eingeführt, aber das wollen wir jetzt mal nicht machen haben wir jetzt mal wieder da bin und dann kann ich noch ein paar Jahre her